So haben Sie sich selbst im Griff und nicht das Leben Sie. Sind Sie von Misserfolg, Frust und Selbstzweifeln zerfressen? Haben Sie das dumpfe Gefühl, dass Sie mehr schaffen könnten, wenn Sie sich selbst besser in dem Griff hätten? Fehlt es Ihnen manchmal an Selbstdisziplin? Dann können Sie jetzt etwas dagegen tun. Und das sogar ganz einfach. Denn Selbstbeherrschung können Sie lernen. Machen Sie einfach die leichten Übungen, die ich in meinem Kurs empfehle. Und schon nach wenigen Tagen werden Sie wieder das Ruder über Ihre eigenen Entscheidungen übernehmen. Alles, was Sie sich vornehmen, werden Sie von nun an entschlossen, energisch und unfehlbar anpacken und erreichen. Überwinden Sie Ihre eigenen Schwächen, bauen Sie all Ihre Stärken auf und eröffnen Sie sich dadurch neue, schnellere, Wege zu Ihrem Lebensziel. Ich verspreche, Sie selbst werden sich schon in wenigen Tagen angenehm überraschen. Lassen Sie sich helfen, von meinem Ratgeber die Macht der Selbstbeherrschung. Es ist gar nicht so schwer, sich und sein Leben jederzeit im Griff zu haben. Wir sind da, was wir jetzt um unseres Un Mỹ tugenden für meinen Metern. Vielen Dank.